Der Brief von Paulus an Philemon Paulus schrieb ihn während einer seiner vielen Inhaftierungen und es ist sein kürzester Brief im Neuen Testament. Lass dich aber von seiner Länge nicht täuschen, denn er ist eine von Paulus' explosivsten Schriften. Hier kommt die Vorgeschichte, die wir aus Details des Briefs zusammensetzen können. Philemon war ein wohlhabender römischer Bürger aus Kolossee. Wahrscheinlich hat er Paulus währenddessen Einsatz in Ephesus kennengelernt und er wurde ein Jünger von Jesus. Als später Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, eine Jesusgemeinschaft in Kolossee gründete, wurde Philemon der Leiter einer Gemeinde, die sich in seinem Haus traf. Wie jedes Oberhaupt eines Haushalts in der römischen Welt hatte auch Philemon Sklaven. Einer davon war Onesimus und die zwei hatten irgendwann einen heftigen Konflikt. Onesimus hatte Philemon auf irgendeine Weise Unrecht getan, vielleicht durch Diebstahl oder Betrug, wir wissen es nicht genau, aber danach rannte Onesimus weg und kam schließlich zu Paulus ins Gefängnis, vermutlich um ihn um Hilfe zu bitten. Dabei wurde auch er zu einem Jünger von Jesus und einem liebgewonnenen Assistenten für Paulus. Dieser befand sich jetzt in einer schwierigen und heiklen Situation, in der er auch diesen Brief schreibt. Er wird Philemon nicht nur bitten, Onesimus zu vergeben und ihn wieder aufzunehmen, sondern ihn auch als Bruder im Messias anzunehmen und nicht mehr als Sklaven. Hier siehst du, wie er das macht. Paulus beginnt mit einem Gebet, in dem er Philemon lobt und Gott für die Liebe und Treue dankt, die Philemon Jesus und seinen Leuten erwiesen hat. Er ebnet dann den Weg für seine Bitte mit den Worten, und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Eine Schlüsselformulierung ist hier Gemeinschaft. Im Griechischen heißt das koinonia und bedeutet gemeinschaftliche Teilhabe. Also wenn zwei oder mehr Leute etwas gemeinsam bekommen und teilen, werden sie Teilhaber davon. Laut Paulus bedeutet die Treue zu Jesus zu erkennen, dass alle Jünger von Jesus gleiche Teilhaber von Gottes Geschenk der Liebe und Gnade sind. Und für Paulus ist die Erfahrung von koinonia nicht nur eine Idee, über die man nachdenkt. Es ist etwas, das man aktiv in seinen Beziehungen tut. Das führt Paulus zu seiner Bitte. Er erwähnt endlich Onesimus. Er sagt, dass Onesimus im Gefängnis sein Kind geworden ist. Das bedeutet, dass Paulus Onesimus dazu angeleitet hat, sein Leben und seine Loyalität Jesus zu widmen. So sind Paulus und Onesimus jetzt Familienmitglieder im Messias. Im Gefängnis hat er Paulus treu gedient und obwohl Paulus ihn gerne dabehalten möchte, weiß er, dass der ungeklärte Konflikt mit Philemon gelöst werden muss, wenn sie sagen, dass sie Jünger von Jesus sind. Das führt Paulus zu seiner mutigen Bitte an Philemon, dass er Onesimus wieder aufnimmt, aber nicht mehr als Sklave, sondern mehr als das, einen geliebten Bruder im Herrn. Das ist eine ziemlich große Bitte. Nach römischem Gesetz hätte Philemon jedes Recht, Onesimus zu bestrafen oder ins Gefängnis werfen zu lassen. Und Paulus bittet ihn nicht nur, Onesimus zu vergeben, sondern seinen ehemaligen Sklaven in Kolossee als sozial Gleichberechtigten willkommen zu heißen, als ein Familienmitglied. Das ist viel mehr als nur Güte. So etwas gab es noch nie. Es geht um die Freilassung von einem Sklaven, den man dann wie ein Familienmitglied behandelt. Es bringt den aktuellen Zustand der römischen Gesellschaftsordnung total durcheinander. Und warum sollte Philemon so etwas machen? Paulus macht hier einen brillanten Schachzug. Er erinnert an das Schlüsselwort vom Anfangsgebet. Er sagt, wenn du mich nun als Partner ansiehst, im Griechischen nutzt er hier das Wort koinonia, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. In dieser Bitte sehen wir das Herzstück von Paulus' Botschaft vom Evangelium vorgelebt. Es geht in erster Linie um Versöhnung, wie er es auch den Korinthern gesagt hat. Im Messias hat Gott die Welt mit sich versöhnt und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. In dieser Situation versetzt sich Paulus in die Lage von Jesus. Er wird die Folgen von Onesimus' Fehlverhalten tragen. Er wird die Kosten übernehmen, damit Onesimus mit Philemon versöhnt werden kann. Aber in der Botschaft von Paulus steckt mehr als nur ein Rechtsgeschäft. Es geht ihm auch um koinonia. Onesimus, Philemon und Paulus sind vor Gott gleich. Sie alle teilen das gleiche Bedürfnis nach Vergebung. Der Boden vor dem Kreuz ist eben. Das heißt, Philemon und Onesimus sind nicht mehr Herr und Sklave. Sie sind Familienmitglieder. Sie sind Brüder im Messias. Oder wie Paulus Philemon und der ganzen Gemeinde in Kolossee gesagt hat, Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Paulus beendet den Brief mit der Zuversicht, dass Philemon sogar noch mehr tun wird, als nur die Bitte von Paulus zu erfüllen. Er bittet ihn, ein Gästezimmer vorzubereiten, denn er will zu Besuch kommen, sobald er aus dem Gefängnis freikommt. Und mit ein paar abschließenden Grüßen beendet Paulus den Brief. Der Brief von Paulus an Philemon ist aus vielen Gründen besonders kraftvoll. Es ist der einzige von Paulus' Briefen, der nicht ausdrücklich den Tod und die Auferstehung von Jesus erwähnt. Und das ist kein Versehen. Er muss das Kreuz nicht durch Worte erklären, denn er zeigt es durch seine Taten. Paulus verkörpert hier, was das Kreuz bedeutet. Er hat sich selbst zu dem Ort gemacht, an dem sich Onesimus und Philemon mit Gott und dann miteinander versöhnen können. Der Brief zeigt uns auch, dass die Auswirkungen der guten Nachricht von Jesus extrem persönlich und nie privat sind. Die Tatsache, dass Philemon und Onesimus jetzt Brüder im Messias sind, macht ihre Beziehung aus Herr und Sklave total bedeutungslos. Die Familie von Jesus' Leuten ist der Ort, an dem alle gleichberechtigte Empfänger von Gottes Gnade sind. Es ist eine neue Art der Gesellschaft. Oder eine neue Menschheit, wie er es im Brief an die Kolosser bezeichnete. Hier werden der Wert und das gesellschaftliche Ansehen einer Person nicht durch Herkunft, Geschlecht, sozialen oder wirtschaftlichen Status definiert. Im Messias gibt es nur neue Menschen, die gleichberechtigte Teilhaber sind und die Gottes heilende Gnade durch Jesus gemeinsam teilen. Darum geht es im Brief von Paulus an Philemon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.